hallo leute ja es ist wieder alles abgesagt die letzten konzerte bis jahresende finden nicht statt aber wir haben ja gelernt irgendwie optimistisch zu bleiben und nach vorne zu schauen und da wir jetzt beginnend den dezember auf uns zu rauschen sehen habe ich gedacht ich singe euch ein kleines weihnachtslied das ich vor vielen jahren geschrieben habe und ja das vielleicht im augenblick ganz gut in die zeit passt ich schaue den baum mit kerzen dran seit einem jahr fast täglich an ich habe ihn nicht mehr weggeräumt seitdem du gingst war auch für dich der weihnachtsmann der ständig mit geschenken kam und von dem du sagtest dass du an ihm hängst nun liegen unter nadeln die geschenke du nahmst dir nicht die zeit sie anzusehen doch wenn ich es nach all der zeit bedenke ich möchte die uhr nicht mehr nach hinten drehen da vorne im schrank ganz unten drin liegt das flauschige kostüm das ich in jenen tagen gern auch für dich trug ob es mir noch passt ich weiß es nicht die traurigkeit nahm meinst du gewicht und es im sommer zu probieren das wäre betrug doch nun ist wieder zeit hinaus zu gehen und ungeachtet deiner abstinenz den menschen ihr glück zuzugestehen und das schaffe ich dank meiner ich hoffe ich mich doch euch jedes jahr zu sehen ihr seid für mich viel mehr als nur ne nummer ich hoffe nach diesem lied könnt ihr es verstehen jetzt ist wieder zeit hinaus zu gehen und ungeachtet deiner abstinenz den menschen glück zuzugestehen und ich schaff das dank meiner prominenz habe ich als weihnachtsmann mein liebes kummer freu ich mich doch euch jedes jahr zu sehen ihr seid für mich viel mehr als nur ne nummer ich hoffe nach diesem lied könnt ihr verstehen weshalb ich liebe als weihnachtsmann zu gehen nicht den kopf hängen lassen bis denn tschüss ans